Drei Gründe, warum Karotten schön machen. Karotten gehören beim Basenfasten fast schon zum täglichen dazu. Wir können sie so unglaublich vielfältig verwenden, ob wir sie in die Suppe packen, ob wir sie im Salat haben, sogar in der Salatsauce oder vielleicht in einem schönen Karottengericht als Püree oder zusammen mit einem anderen Gemüse. Ja, sogar zum Müsli am Morgen passen sie, wie ihr gleich im Rezept unten sehen werdet. Aber warum lieben wir eigentlich die Karotte so sehr? Das liegt einmal daran, dass die Karotte tatsächlich ein Lebensmittel ist, das wir das ganze Jahr über bekommen. Es gibt Frühkarotten, Sommerkarotten, Spätkarotten, allein um die 26 Sorten herum, die man in einem gut sortierten Geschäft finden kann, zumindest wenn man es selbst anbauen möchte. Im normalen Geschäft, auch im Bioladen, gibt es vielleicht so drei, vier, fünf Sorten. Sie reichen von Weiß bis hin zu Dunkellila, also die Purple Haze oder Beta- oder Urkarotte. Es gibt auch gelbe Karottchen, also sie beschränkt sich nicht auf die Farbe Orange. Warum sie diese unterschiedlichen Farben hat, hat damit zu tun, dass sie Beta-Carotin enthält. Beta-Carotin, das ist die Vorstufe von Vitamin A und das macht die Farbe der Karotte aus. Also wenn wir weiße Karotte haben, ist fast keines drin. Wenn wir die Purple Haze, die ganz dunkle, nehmen, dann haben wir entsprechend mehr drin und sie ist auch etwas süßer. Und das Beta-Carotin ist nun schon der erste Grund, warum die Karotte so unglaublich gut für die Schönheit und auch für die Haut ist. Zum einen ist es einmal gut für die Augen, das ist der erste Grund. Das liegt am Beta-Carotin, das ist bekannt, das weiß man, Vitamin A ist wichtig für die Augen. Und wo die Augen gesund sind, strahlt die Schönheit. Das Beta-Carotin, und das ist der zweite Grund, ist eben auch gut für die Haut. Man weiß, gerade bei den Babys, die bekommen ja als erstes zugefüttert, meistens die Karotte, da wird dann die Haut schon gleich so ein bisschen gelb, orange, gebräunt. Es gab sogar eine Zeit lang Produkte, die man mit hochdosiertem Beta-Carotin genommen hat, damit man quasi einen Selbstbräuner hat. Die wurden dann verboten, weil sie in dieser Überdosierung nicht ganz ungefährlich sind. Aber das Beta-Carotin, wie wir es in einer normalen Karotte haben, und ich rede ja nicht von Nahrungsergänzungsmitteln, sondern von dem, was wir täglich auf unserem Tisch haben, sei es beim Basenfasten oder sei es danach, das ist wirklich eine tolle Sache. Und deswegen, wenn ihr darauf es abzielt, wählt dann tatsächlich eher die dunkleren Karottensorten. Dann gibt es noch ein Schönheitsvitamin, wie wir das nennen, gut für Haut, Haare und Nägel, und das ist Biotin. So kennt ihr das. Es heißt eigentlich Vitamin B7, und auch das ist in der Karotte zuhauf enthalten. Die Karotte hat eben diesen unglaublichen Vorteil, dass wir sie sehr vielfältig einsetzen können, dass sie unglaublich gut schmeckt. Und aus diesem Grunde können wir sie wirklich jeden Tag einbauen. Der dritte Grund, weshalb Karotten so gut für die Schönheit sind, ist, dass sie schlank machen. Denn sie kommen mit 26 Kilokalorien pro 100 Gramm wirklich schlank daher. Und Schlankheit hat mit unseren Schönheitsidealen zu tun, keine Frage. Das heißt, ihr könnt Karotten so viel futtern, wie ihr wollt, so schnell wird man davon nicht dick. Und für diejenigen, die noch so ein bisschen hintendran diese Erinnerung haben an die ganzen Glücksdiäten, wo man glykämischen Index und glykämische Last angeschaut hat, wo die Karotte eine Zeit lang in Verruf war, weil man gesagt hat, oh, da ist ein sehr hoher glykämischer Index. Man hat ja im Nachhinein festgestellt, die glykämische Last, also das, was wirklich den Blutzuckerspiegel nach oben treibt, liegt gerade mal bei 3. Das ist viel, viel weniger, als es bei Reis oder bei anderen Lebensmitteln ist. Das heißt, die Karotte ist diesbezüglich auch wieder freigesprochen. Sie macht also schön und schlank und sie schmeckt wunderbar und ihr könnt sie in jede Mahlzeit quasi einbauen. Guten Appetit! Guten Appetit! Untertitelung des ZDF, 2020